I saw a brilliant morning star that defeats miseries and the evil one overcomes the blackest night that's blue vapourless light that shines the bright sun Ein herzliches Grüß Gott an alle zu diesem dritten Fastensonntag mit dem Thema Meine Augen schauen immer zum Herrn. Schauen denn unsere Augen immer zum Herrn? Oder sind wir wie die Kinder Israels, als sie durch die Wüste gingen, die gegen den Herrn murrten, weil sie kein Wasser hatten, weil sie verhärtet waren in ihrem Glauben, verblendet. Sie glaubten, dass sie aus Ägypten herausgeführt wurden, um in der Wüste unterzugehen. Oder wollen wir lieber dem Beispiel des Psalmisten folgen, der uns einlädt mit Vertrauen, mit Dankbarkeit, mit Freude und Anbetung zum Herrn zu treten und ihn als unseren Schöpfer und König anzuerkennen? Eins steht fest, der Glaube, der Vertrauen öffnet unsere Augen. Und wir werden dadurch Frieden mit Gott und miteinander haben. Und wir können seine Gnade bekommen, in der unsere Hoffnung und unsere Herrlichkeit ist. Und diese Wünsche, die wir haben, diese Sehnsüchte, werden nicht enttäuscht, weil durch den Heiligen Geist ist die Liebe ausgegossen. Dieselbe Liebe, mit der Christus für uns gestorben war, als wir noch seine Feinde waren. Suchen wir denn den Herrn? Wissen wir denn, wer er ist? Suchen wir denn das Wasser des Lebens? Sind wir denn wie die Samariterin am Brunnen, die gekommen war, um Wasser zu holen? Sie hatte nicht gewusst, dass Jesus mehr war als nur ein verhasster Jude. Aber sie ließ sich auf ihn ein, auf ein Gespräch und wurde so erleuchtet. Ihre Augen wurden eröffnet mit der Wahrheit, dass Jesus wirklich uns das lebendige Wasser schenken kann. Deshalb möchte ich euch und uns alle einladen, dass wir noch einen Schritt tun, um auf den Herrn zu schauen, um ihn zu erkennen, so wie er ist. Denn er ist es, den wir wirklich über alles brauchen. Eine gesegnete Fortsetzung der Fastenzeit. 1. 1. 3. 7.